Hallöchen auch und willkommen zurück zur dritten Folge von Surface Alleine Nebel. Das letzte Mal haben wir uns ja beim Polizeirevier ein Motorradflot gemacht und sind hier zu diesem Weißenhaus gefahren. Und wir haben schon über den Überwachungskamera gesehen, dass unsere Eltern hier sind und ihr seht, das Weißenhaus ist hell erleuchtet. Ein Strahl geht zum Himmel. Irgendwas geht da mit rechten Dingen vor sich. Wir haben hier den lieben Simon gefunden. Der hat uns das Horn gegeben, damit wir ins Weißenhaus gehen können. Aber vorher nehme ich das hier auch noch mit. Einen Flügel. Ich glaube, der passt sogar hier rein, oder? Nö, doch nicht. So, ja, okay, dann machen wir mal hier den Engel. Glücklich. Flügel braucht er auch noch. Info. Ich stelle den Engel links so ein, dass er den Engel rechts gleicht. Ist doch gleich, oder? Oder? Okay, das ist jetzt aber klar. Der in den Flügel scheint noch nicht was zu stimmen. Okay, das ist doch alles gleich, oder nicht? Achso, die Füße auch noch. Okay, jetzt haben wir es offen. Ich hätte jetzt aber nicht Carol gesagt. Ich habe irgendwas anderes verstanden. Okay. Wow, dafür soll ich mich jetzt erschrecken, oder was? Was haben wir hier? Das ist durchgeschmort. Kann ich das hier benutzen? Da ist der Türgriff. Wir haben eine neue Schülerin. Alice Rice. Ihre Eltern verschwanden beide unter mysteriösen Umständen. Das Mädchen ist verschlossen und kontaktscheu. Eine psychologische Einschätzung soll folgen. Was hat sie dazu gesagt zu dir? Also lebt Alice schon eine Weile lang im Weißen Haus. Und als sie hier ankam, war sie sehr aufgewühlt. Okay. Hier fehlt aber ein Knopf, oder? Der kann es schon mal nicht sein. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich noch nicht weiter. Hier fehlt auch noch ein Schluck. Jetzt aber nicht das hier, oder? Nee. Was ist hier? Ja, hier fehlt ein Hahn. Hallo, Big Fish Games. Will ich mal nur ganz kurz erwähnen. Okay. Wahrscheinlich ist das jetzt wieder ein Wimmelbild. Ja, mal ein traditionelles Wimmelbild wieder. Aber mit keinem Sachen, wo man extra Aktionen machen muss. So, Sparschwein, du bist hier unten. Drachen, du bist hier. Dann Trommel, da bist du. Da ist der Ball. Da sind die Babyschuhe. Was? Plüschfrosch, du bist hier. Ähm, Pflanzenkelle, da. Äh, wo ist der Beutel? Süße Ratte. Spiel nicht mit Alice. Sie ist ständig wütend. Sie hat meine Spielsachen kaputt gemacht. Äh, Ellie war nicht gerade beliebt im Weißen Haus. Jupp. Da ist der Beutel. Gut. Regenschirm. Kürbis. Und jetzt müssen wir puzzeln. Setze das Puzzle wieder zusammen. Wähle ein Teil aus und ziehe es. Tippe darauf, um es zu drehen. So, schön puzzeln. So, das passt auch hier so rein. Das passt hier hin. Tipp, 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 tipp. So. 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 Dann so. Will schneller. Tipp, 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 tipp. Und da haben wir ein Werkzeug. So. Das können wir hier, wo war das? Ja genau, das war hier drin. Ne, das war nicht hier drin. Das war, wo war das jetzt mit dem Hahn wieder? Da war das hier. Ja, das war hier. Gehen wir mit. Dann machen wir mal schnell Reise hier hin. Dann können wir das hier abdrehen. Da ist nämlich der Knopf. Den können wir hier hin drücken. Dann machen wir ein Schlüsselrätsel. Info. Finde Schlüsselpaare. Wähle zwei Schlüssel aus, um zu sehen, ob sie sich gleichen. Der. No. Der. Der. Auch nicht. Geht der und der. Der und der vielleicht. Ne. So, der und der vielleicht. Jawohl. Oh, wir kriegen den Hauptschlüssel. Jawohl. Ja, komm, wir haben doch eine Zange hier. Ja. Wir gehen. Das ist mein Vater's cap. Und meine Mutter's gloves. Warum würde sie hier kommen? Du denkst, du bist bereit, ein Adult zu sein? Dann seien sie mit dem Rest. Dieser Ort wirkt nicht echt. Steckt da jemand unter der Decke? Man merkt jetzt wieder die Ähnlichkeiten von Krimtays hier. So aus Krimtays Bloody Mary zum Beispiel. Wer bist denn du? Wer bist du? Wie kamst du hier? Ich bin Carol. Und ich bin hier wegen einer schweilen kleinen Mädchen, die nur wie dich sieht. Wie weiß ich, dass ich dich vertraue? Lass mich dir ein favorit. Du könntest mein Toil fixen. Okay, dann müssen wir ihren Hund reparieren. Und das erinnert mich wieder so stark an Krimtays Bloody Mary. Also sind es schon Parallelen dazu, würde ich mal behaupten. Wer das Gegenteil behauptet, der kennt Krimtays nicht. Sollte ein Apfel stecken. Da kommt auch irgendetwas rein. Dachte ich mir schon. Sein Brillenklass ist ja rausgefallen. Okay. Woher wohl diese Tür führt? Ja, trotzdem brauchen wir sowas wie Nadel und Faden noch. Okay, Info. Treibe die Glühbirnchen in das Einmachglas. Ja okay. Du 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 du. Aha. Du du du. Na komm. Du 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 du. Nein da lang. Du kommts auch noch mit. Da komm. Ganz gemütlich. Und dann so. Und dann so. So haben wir hier noch was zum schnippeln. Nein, ich brauche etwas Scharfes, wenn ich das hier durchschneiden will. Ja, du magst kein Licht, mein Freund, kann das sein? Haha. So, das ist ein sehr komisches Bild, anscheinend müssen wir erst die Katzen hier finden. Okay, dann haben wir die alle schon mal gefunden, meine Güte. Uhr, Kaninchen. Das wäre ein komischer Hund. Dann ein Blitz. Ist das eine Vogelfeder oder ist das eine Sprungfeder, die wir finden müssen? Okay, bei der Händen sieht es halt aus wie eine Sprungfeder, die müssen wir anscheinend nicht nehmen. Da, da ist die Feder. Da ist die Perlenkette. Ja, die Vogelforde, äh, was? Achso, die müssen wir erst freilegen, alles, okay. Vogel, wo ist denn hier ein Vogel? Da ist ein Vogel. Dann eine Münze. Define. Frosch. Kröte. Ist das eine Zahl? Nö. Das ist eine Zahl. So, und dann müssen wir die Teile hier hinfügen. Und kriegen ein Geschenk. Ah, da haben wir einen Apfel. Und einen Faden. Schau mal bloß noch die Nadel. Ey, ich habe nicht gesagt, dass das hier raus soll. Da kriegen wir die Nadel. Und dann können wir die jetzt reparieren. Auge auch noch. So, komm, hier. Hast dein Hundi. Das ist besser. Carol, ich glaube, du bist in meiner Imaginung. Es ist alles ein Trick, das von diesem schlechten Mann. Er lockt mich hier. Er hat mich übernommen. Du musst ihn wegziehen. Das arme Mädchen. Sie ist nur das Opfer, auch wenn ich fast vergessene, wie wenn sie böse kichert. Mein Gott. Mein Gehirn sieht halt komplett aus, habe ich das Gefühl. Dafür noch mal die Brillengläser, aber wir gehen einfach mal hinterher. Let's play a game, Carol. Entertain me. This illusion. It's too late for the girl. But maybe you'd be interested in someone else. Dort, wo Eddie und vom Herrn der Wünsche verschleppt. Was? Dort hin, wo der Eddie von Herrn der Wünsche verschleppt. Ich muss die Brücke reparieren. Sie sind wie Statuen. Ich muss sie retten. Okay, hier brauchen wir einen. Meine Eltern waren immer für mich da. Nur werde ich sie da sein. Okay. Aber mehr können wir jetzt gerade hier nicht machen. Wo ist der Reißlusserschieber? Aber ich kann nur bei ihr reinschauen. Okay. Nur je... Was? Nur je Wunsch. Da haben wir eine Spitzhacke. Mehr können wir da gerade bei ihr nicht machen. Weil ich wette, ich kann das hier zerteppern. Da kriegen wir einen Dominostein. Und die andere Hälfte des Amuletts. Steine können wir mich nicht mitnehmen. Aber eins von drei. Hier kommen die auf jeden Fall rein. Und ich frage, wo kommt das Amulett hin? Ah, der will mich hier nicht durchlassen. Nur nervt mich nicht zu viel. Ich schalte, dass Alice Hund nicht echt ist. Okay, dann muss ich den und hier hinstellen. Okay, was muss ich denn machen? Grübel, grübel und studiere. Wer nicht sagt, der weiß nicht viel. Hier kann ich echt nix machen. Kann ich irgendetwas hier machen? Nö. Hier auch nicht? Hier ist auch nix, was ich machen könnte. Aufziehschlüssel. Hm. Ich brauche einen Tipp, Freunde, zum ersten Mal. Okay, wir können hier zurück. Das habe ich vergessen. Ah, dann gehört auch das hier da rein. Okay, nächstes Rätsel. Setze die fehlenden Teile wieder in den Comicstrip ein. Nimm die Teile aus der Leiste an der Seite und verwende sie richtig. Ich bin der Herr, der wünscht. Ich kann dir jeden Wunsch erfüllen. Okay. Also, Ali äußerte einen kindischen Wunsch und der Herr, der Wünsch erfüllte ihn auf Kosten von Alice's Family. Okay, hier ist ein Aufziehschlüssel. Wahrscheinlich für die Dame da in dieser Warsaga-Ding. Hallo, doll. Danke für mich aufzunehmen. Hier, benutze meine Magik-Table. Place die Person du willst, hierher zu bringen, und ich werde sehen, was ich kann. Auch wieder ein Rätsel. Das machen wir jetzt noch, Freunde, und dann ist die Folge leider wieder vorbei. Werde die Symbole aus, aus denen das Symbol auf dem Medaillon zusammengesetzt ist. Okay, das und das. Hä? Ist doch richtig, oder nicht? Ach so, jetzt kommt die Form mit dazu, verstehe. Also, das ist es auf jeden Fall, das ist es auf jeden Fall. Der Stern ist es auf jeden Fall, und das hier. Und der Hund ist echt geworden. Komm mir, Tony. Du hast eine Verabredung mit einem Affen. Dann hast du ein Teuf verloren. Okay, dann müssen wir noch sowas wie einen Kuchen backen. Aber das und vieles mehr in der nächsten Folge von Surface Allein in Nebel, meine Lieben. Cheerio. Tschüss. Bye.